Der morgige Salzburger Landtag wird von zwei großen Themen bestimmt werden. Das eine ist Mobilität, es geht um Stau in Salzburg, aber auch Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft, es geht um den Ausbau des Passloegs, es geht um Spritpreise und wie es weitergeht, nachdem IG Lufthunderter abgeschafft wurde. Der zweite Block ist Sicherheit in umfassenden Form. Es geht um Cyberkriminalität, neue Formen und Gefahren, es geht um Sicherheit in Wohnen mit Wohnbeihilfe, aber auch wie man mit einem allfälligen neuen Ausländerwahlrecht umzugehen hat. Ich hoffe, Sie begleiten uns morgen beim Salzburger Landtag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017